Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Sniper Elite 5 mit und von eurem Darstelfen-Zapp. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Folge und wir werden es jetzt weiter probieren, irgendwie in diesen Bunker zu kommen und die Junkers zu töten. Das ist ja immer noch unsere Hauptquest, ihn zu erledigen. Aber das wird schwierig werden. Sehr schwierig. Oh, wo bin ich denn jetzt? Da. Ah, das ist die unterörtliche Bunkeranlage, ist das, wo ich jetzt drin bin. Verstehe. Das ist die unterörtliche Anlage hier. Da kann ich auch in den Bunker rein. Über einen kleinen Umweg halt. Aber es kommt darüber auch rein, wahrscheinlich. Aber hier oben sind die Bunkeranlage auch gefährlich, hä? Das sind doch bestimmt Atomköpfe. Ich kann mir vorstellen, dass das Atomspringköpfe sind. Und das ist irgendwie für mich plausibel. Ziemlich plausibel. Alter, wir haben jetzt das Ding gebaut. Rundbunker, war? Servus. Ah, hier ist die Küche. Wollen wir mal in die Küche plündern? Ey, ganz ruhig, Brauner. Du bist auch noch dran. So, was habt ihr so schönes für mich? Gib mal eure Sachen her. Ey. Meine Güte, kann man nicht mal in Ruhe hier die Feinde durchwühlen? Anscheinend nicht. Okay. Hier ist das Schlafquartier. Da ist der Umkleidung in die Toiletten. Boah. Auch recht hätte ich den anderen noch getroffen. Beim Schießen. Töne, der 50 Feinde mit einem Gewehr. Wow. Geile Statistiken, die es hier so gibt, ne? Darauf reicht, ich finde rechts. Pass mal auf. Darauf reicht, ich bin recht angeschlendert. Ich bleibe euch von Arsch drauf. Da ist mich hier durchgerannt. Guck, da ist er nämlich. Hey. Du Feigling. Versucht abzuhauen. Was ist das von Soldat? Scheiß Nazi. Hä? Hä? Cool, ich kann solche Lüftungstächte krabbeln. Hä? Wie gefällt mir das denn? Wow. Schön. Hier liegt ganz viel Munition und erste Hilfe. Das gefällt mir ja richtig gut hier, das Lager. Mal alles mit dem, was geht, ne? So, ich tue aber hier mal drinnen auf jeden Fall einmal ein bisschen speichern. Mal alles mit dem, was geht, ne? So, da le. Passt. So, wo ging denn jetzt die, warte mal, war da gerade einer? Nee. Wo gehen denn jetzt die Treppen weiter hoch? Ich muss ja weiter nach oben hier. Ich glaube, da komme ich in den Bunker rein. In den anderen Bunker, wo Junkers ist. Habe ich gerade durch die Wand geschossen? LOL. Das hat Back genutzt. Mal sehen, wie viele Gegner noch hier oben sind. Das müsste der Bunker... Das ist der Bunker, ne? Genau. Das ist der. Aber dadurch immer so viel Gegner angerannt kam, dürfte doch hier fast keinem was sein. Hier müsste doch alles leer sein. Rein theoretisch. Dürfte ja keinem was sein. Na, jetzt bin ich hier. So. Na doch, jetzt sind doch mal Gegner. Alter, es scheint ja aus. Für ein strategischer Wechsel von der Position hat er nicht viel geholfen, mein Freund. Bis ruf sind dort. Wut. Wo kommen denn die Gegner alle noch her? Hier dürfte fast keiner mehr sein eigentlich. Eigentlich müsste ich die alle schon platt gemacht haben. Oh. Da ist ein Panzer. Ich gucke einfach da hoch. Panzer, mit dich kümmere ich mich auch noch. Warte mal. Dreck's Arsch. Der macht mir echt schwer, der Panzer, ne? Der Junkers ist irgendwo... Höh? Der Junkers ist irgendwo draußen. Aber ich wollte mir einfach das hier angucken. Hm, der Junkers ist irgendwo draußen. Im össeren Bereich. Der hat wahrscheinlich schon evakuiert. Oder wird grad evakuiert. Da gibt's nämlich Sinn. Nochmal speichern. Das war ich schon. Der Erfolg ist wichtig. He he he. Ich bin nur zwei für die Stunde. Ich bin nur zwei für die Stunde. Ich bin nur zwei für die Stunde. Aua. Ey. He he. Auch kein Springstorf. Ich rufe da raus hier. Weg, weg, weg. Aua, scheiße. Und weg. Ich hätte bitte einen hinterher, der eine Gegner. Müssen ja der letzte sein. Ja, der kam geradezu ein bisschen in die Richtung gerannt. Gut, der ist weg. Der Jungers müsste ja irgendwo jetzt, äh, hier sein. Moment, geht gleich weiter, uahhh. Das heißt, das ist jetzt ein Sniper. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte. Da ist ein Sniper unterwegs. Hab ich noch einen Sniper? Ne, ne? Ne, Mist. Mal erst mal heilen, ich blute. Gut. Herr Jungers, der muss ja irgendwo rumjunkern. Aber wo genau, kann ich ja grad nicht sagen. Und wo ist die Sau? Der versteckt sich sehr gut, der Typ. Warum ich so einen Waffenstoß aushält oder überleben kann? Das sind, äh, MG-Munition. Der Jungers müsste ja dann irgendwo hier unterhalb sein. Rein theoretisch. Gierig um irgendwo müsste er sein. Der Jungers, der Christian Jungers. Der Jungers, der B2-Specialist. So, wir wollen ihn tot. So, das Empfang ist hier aber richtig schlecht, ne? Ich glaube, Jungers flieht. Jungers, nicht abhauen. Fake Link. Ich perff mich von der Seite an. Äh. Der Junger. Junge. Moment Junge, zu dir komm er gleich. Du bist doch hier irgendwo. Ich kann mal heilen. Den Hammer. Der Hammer auch. Den Hammer auch. Ha, ich hab Jungos. Endlich, ich hab Jungos ged... Ich hab jetzt vor der Liste. Uops! Das war jetzt keine Absicht. Ich muss aber speichern. Ich habe nämlich Junkers getötet. Hauptquest erledigt. Jetzt muss ich nur noch... Hier. Hierüber muss ich. Das ist die Einsatzzentrale. Das Wichtigste. Leitung überlasten und da ist dann die Einsatzzentrale. Da muss ich hin. Na gut, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Nächste Woche Montag. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuschauen und seid das nächste Mal auch wieder dabei. Zur nächsten Folge Let's Play Sniper Elite 5 mit und von eurem DASDEFZOT. Hinterlasst gerne ein Like und Abo, wenn es euch gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen möchtet. Und ja, bis dahin, eine schöne Zeit. Bleibt ihr treu geworden und gesund. Und möge wie immer die Macht mit euch sein. Euer DASDEFZOT sagt Tschau, tschau, tschau mit V und bis zum nächsten Mal. Meine Freunde, Zuschauer, Abonnenten und was es alles noch so gibt. Tschau.